Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wie immer, schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und es ist Donnerstag. Sag, ach du Kacke. Es ist Donnerstag. Wir versuchen mal wieder nackt zu entkommen. Wir probieren die Naked Challenge. Gegen eine Anna. Ohne Möglichkeit zur Heilung. Also so Perk mäßig. Ja. Wenn wir jetzt übrigens die Midritch Map bekommen hätten, dann hätte ich geglaubt, irgendwie... ...ist es verflucht, weil ich mit Jane immer Midritch bekommen würde. Wir haben Ormond. Hier war ich schon lange nicht mehr. Jake hat den Killer Hobbes. Gegebenenfalls war das Ruim, was hier gerade geknallt hat. Hat sie One-Shot-Exte. Hat sie One-Shot-Exte. Die Jims stehen hier aber sehr nah beieinander. Da. Ja. Oh, 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 oh. Oh, shit. Bin am Arsch. Oh, Gott! Oh, ich sag's euch, ey. Ich renne dem Killer immer ins Gesicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin. Wir können da jetzt nicht Ewigkeiten an dem... ...an dem Jen hocken. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein... ...von näher, der ganz cool aussieht. Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich hätte die Axt geno... Oh, sie tunnelt. Ich hätte die Axt tatsächlich gefressen. Das Beil. Ich bin grad voll verwirrt. Heißt das das Beil oder den Beil? Das Beil, ne? Ich überlebe grad seit ne halben Minute, ob ich mich versprochen habe. Früher dachte ich immer, es ist doof, sich an dem Jen zu heilen, der grad angegangen ist. Aber eigentlich ist das relativ clever, weil die wenigsten Killer rennen zu einem Generator, der grad angegangen ist. Aber ja, früher war man halt noch ein bisschen dumm. Ach! ичес Wo ist die? Hätte sie geheilt, so ist nicht. Da drüben ist schon fertig, das Tor. Ah, sie ist schon hier. Hemsu? Geh! Ich sterbe. Wir hätten rausgehen sollen. Wir sterben alle. Sie hört uns alle noch! Außer die eine, die jetzt rausgegangen ist. Sie hat Eis in den Griff. Aber ich kann auch springen. Sie wartet aber. Natürlich wartet sie. Alles wegen Jake. Es hat sich einfach aus der letzten Runde bewahrheitet. Einfach rausgehen. Ich hätte locker die Naked Challenge geschafft. Locker. Jetzt bin ich schuld. Ähm. Ähm. Ja. Ich mach bei der Challenge nie wieder. Äh. Versuche ich irgendeine Rettungsaktion. Ähm. Ich bin mal wieder schlauer geworden. Mann, wir hätten die Naked Challenge geschafft. gut. Ähm. Gut. Ähm. noch nicht heißen. Das heißt, dass die anderen mich hätten retten können. Wenn wir uns da im Kreis drehen und jeder mal hängt, haben wir auch gar nichts gekonnt. Ähm. Ja. Aber er schreibt ja. Oder einfach gehen. Also, beim nächsten Mal gehen wir einfach. So. Jetzt aber wirklich. Tschüss. Bye bye. Adieu. Muchachos. Bis zum nächsten Mal.